Hallöchen und herzlich willkommen zurück beim Coolie Squad und auch heute werden wir wieder Lees Schlüppersprenger entschärfen. Natürlich ist auch heute wieder der Manny mit dabei. Nein, der liebe Lee. Ja, Hallöchen. Und auf der anderen Seite die Melly. Hola. Und was steht heute an? Double your money. Voll der Clickbait-Titel. Das muss ich in den Titel schreiben heute. Kauf dir jetzt mal eine neue Duschlotion. Die Kuhhaufen-Banana-Split-Edition. Weiß ich nicht. Cremig wie so richtig schöne Scheiße. Extra braun. Gut. Sex-Module in fünf Minuten. Das heißt, doppelte Module in der gleichen Zeit. Viel glücklich. Du hast gerade Sex-Module in fünf Minuten gesagt. Also, würdest du den mit mir in fünf Minuten durchziehen, oder? Natürlich. Also, wenn du mir jetzt hinten einen dübeln willst, in fünf Minuten... Mein Channel ist sofort gebannt auf Twitch. Schnell, du. Also, halleluja. Dann singe ich. Dann geht's halt schön. Ne? So. Gut. Dann reite ich auf den Wies, dann kann ich schreien, hock kurz, ich komme. Die Zeit lauft übrigens schon. Äh, wir sind wieder bei den Kabeln. Achso, ich sehe das doch. Ich sehe es nicht. Ja. Die gleichen Kabeln wie vorher. Äh, fünf Stück. Okay, Farbe. Zwei weiße, ein gelbes, ein schwarzes und ein rotes. Zwei gelbe? Warte mal. Zwei weiße, ein gelbes, ein rotes und ein schwarzes. Nein, das letzte ist rot. Okay. Moment. Es gibt, er sagt, ein rotes Kabel. Ja. Mehr als ein gelbes? Ein gelbes nur. Okay. Es gibt kein schwarzes, es gibt ein rotes. Ein schwarzes. Okay, erstes. Jupp, hat gestimmt. Gleich noch einmal Kabel, wieder fünf Stück. Ja, Farbe? Weiß, einmal, ja, alle Farben einmal, weiß, schwarz, gelb, äh, blau und rot. Jeweils einmal. Okay, ist das schwarzes letzte? Nein. Äh, ein rotes Kabel, die mehrere gelbe gibt's nicht. Okay, wieder das erste. Jo, hat gestimmt. Die vier Knöpfe, äh, vier Knöpfe mit den, äh, Symbolen drauf. So, damit ich es auch einmal rauskriege. Ja, hab ich. Wieder das Strichmannsch, gell? Ja, dieses komische Dings da mit dem E unten. Ja, die verkrüppelte 6. Ja. Ein Absatzzeichen. Ein Absatzzeichen? Was ist ein Absatzzeichen? Achso, ja, jetzt hab ich's, ja. Und wieder das B, was oben durchgestrichen ist. Okay, 6. Ja. Absatzzeichen. Ja. B. Ja, was hab ich? Ähm, ein weißer Knopf mit ab Bord. Ja, weißer Knopf? Ja. Gibt's, äh, äh, gibt's irgendwo ein weißer, äh, gibt's irgendwo ein leuchtender Indikator mit der Aufschrift K? Ein leuchtender Indikator mit K? Nein. Ich muss da was, ein Indikator, weil würde ich das erklären? Ich hab keine Ahnung. Nein. Gibt's irgendwas drauf? Nein. Nein. Also, am Knopf steht ab Bord, aber es gibt sonst nirgends ein K. Okay, Knopf ist blau? Weiß. Gibt's mehr als eine Batterie, Knopf detonieren? Nein, ist der Knopf weiß? Ja. Gibt's mehr als einen leuchtenden Indikator mit der Aufschrift K? Nein. Gibt's mehr als zwei Batterien? Ja, es gibt drei Batterien. Gibt's mehr als zwei Batterien? Nein. Ist der Knopf gelb? Den hab ich nicht! Warte mal, trifft nichts von der ungenannten Zuhr, halten Sie den... Okay, äh, trifft nichts von der ungenannten Zuhr, dann halten Sie den Knopf und lesen Sie unten bei... ...einen gedrückten Knopf, achso. Okay, es leuchtet ein gelber Balken. Ähm. Loslassen, wenn der Timer, äh, die Funkbar zeigt. Wenn irgendwo eine Fünf steht, loslassen. Okay, hat funktioniert. Und das gleiche noch einmal. Also wahrscheinlich wieder, oder? Noch ein Knopf? Ja, hat gestimmt. Hat gestimmt. Passt. Oh, wir haben noch einen auf der Rückseite. Wieder die vier Knöpfe mit den Symbolen. Ja. Copyright. Ja, hab ich. Das geschwungene X, was in der Mitte einen Strich hat. Ja. Ein... eine Drei, wo der untere Teil weggebrochen ist. Ja. Und ein... 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 ist das ein Lambda? So ein komisches A... A mit einem Strich oben? Ja. Okay. Copyright. Ja. X. Ja. Drei. Und dann dieses komische Dings. Passt, wir haben es geschafft. Sehr gut. Easy. Eine Minute zwölf wäre noch übrig gewesen. Alter, wenn man erstmal drin ist, geht das, ne? Ja, dann funktioniert es eigentlich. So, Frau Hase. Ja. Ja. Frau Hase. Können Sie ja mal machen, ich hier einfach ordentlich einen Jähermeister trinken. Oh Gott. Da bin ich jetzt gespannt. Ich hab schon... Braucht. Gehe kotzt. Hehehe. 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 Melly, du hast fünf Minuten, aber nur vier Module. Haha. Hehehe. Das ist sexistisch, das Spiel. Aber... Es sagt, es wird etwas schwerer, aber nicht zu schwer. Oh Gott. Dafür hast du mehr Zeit als Sally. Und die hat's auch mit über einer Minute Restzeit geschafft. Ja. Hehehe. Wird schon hinhauen. So, bereit? Hi. Also ja. Ich weiß, was das heißt. Hehehe. Ein roter Knopf. Scheiß Japanisch. Und es steht Press drauf. Für die Wartezeit. Alexa, erzähl einen Witz. Wie war die Stimmung in der DDR? Sie hielt sich in Grenzen. Komm, das ist... Ich komm aus dem Rossen. Denkst du, ich hab die noch nie gehört? Komm, machen wir noch einen. Äh... Erzähl einen Witz. Kind. Papa. Was ist ein Vakuum? Vater. Ich hab's im Kopf, mein Sohn. Aber ich komme grad nicht drauf. Oh Gott. Macht weiter. Ne, lass's Zeit ablaufen. Mach Puff. Lass Puff machen. Hehehe. Hast du's gefunden, Melli? Ich bin grad überfragt, weil... Ich... Hier nirgendwo was steht mit Press, deswegen... Ein... Großer roter Knopf mit Press. Äh... Ich guck auch mal. Halt mal gedrückt. Ja? Es leuchtet gelb. Gelb. Äh... Bei der 5. Loslassen. Okay. Das Hold halten hat mich jetzt wieder... Hat funktioniert. Gut. Wenn Nisch da steht, Melli, wenn Nisch dazu trifft, dann das letzte siebte, was dann nur dicht nach unten führt. Okay. Blauer... Blauer Knopf mit Detonate. Gibt es mehr als eine Batterie? Äh... Ja. Gibt es mehr als eine Batterie und der Knopf sagt nicht schon ne, dann den Knopf drücken und direkt wieder loslassen. Jupp. Hat gestimmt. So. Äh... Dann haben wir so ein... Das schaut aus wie ein Feld von Pac-Man. Mit zwei grünen Kreisen, einem roten Dreieck und einem weißen Punkt. So eine Art Labyrinth? Ja. Okay. Musst du wissen, wo was ist? Ja, warte. Ähm... In der ersten Zeile vorletzte Spalte. Und in der vorletzten Zeile in der dritten Spalte. Okay. Ich hab's. Wo ist dein Pfeil? Äh... In der letzten Zeile vorletzte Spalte. Okay. Dann geh einmal nach rechts. Ja. Hoch. Einmal. Nein. Nicht? Äh... Soll ich wohl nehmen? Kurz? Ja. So kriegst du sie? Okay. Ich bin anscheinend der weiße Punkt. Nicht der Pfeil. Ähm... Du bist der weiße Punkt. Ja, ich bin jetzt grad vom Pfeil ausgegangen. Macht aber wenig Sinn. Eben. Da ist zwei Punkte. Aber der weiße Punkt wollte sich bewegen. Und dort ist dann eine rote Wand gekommen. Ich verstehe. Okay. Sag mir nochmal an. Von oben. A, B, C. Und von oben nach unten. Nummer Zahlen. Ist einfacher zum Koordinieren. Äh... Stehst du wie ich meine? Von links nach rechts. A, B, C, D, E, F, G. E... 1, E. Ja. Und... 5, C. Okay. Hab ich. Welcher von den beiden bist du? Das sind die Kreise. Ja. Ich bin... Welchen steuerst du? Äh... 4... Und das letzte. Die letzte Spalte. 4 ganz rechts. Heißt 4 ganz rechts? A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. E, F? Oh, oh. Wo bist du vorletzte? Vorletzte. Letzte. Nein. Ah. 1 runter. Oh. Wo bist du? Ich hab doch nicht... Ich hab doch nicht draufgegeben. Ich hab doch nicht draufgegeben. Ich hab doch, wo du bist. Hast du gedrückt? Oder ist die Zeit abgelaufen? Nein. Die Zeit ist abgelaufen. Ich hab genau gesagt, wo ich bin. Vierte... Vierte Zeile. Ganz hinten. Ganz rechts. Ah. Schlüffer. Gesprengt. Alexa. Hubs mal. Du hast gesagt E. Der Trompetenkäfer ist gestartet. Was? Aua. Das fällt jetzt gerade. Okay. Hast du gemeint, die Spalten sind die Zahlen oder was? Ich kann mit Spalten... Die Zeilen sind die Zahlen. Ich kann gar nicht anfangen. Oben von links nach rechts ist ABC. Von oben nach unten sind Zahlen. Achso, ich hab's genau... Ja, doch, so hab ich's eigentlich gemacht. Du hast gesagt Spalte 2 ganz unten. Hä? Oder 4 oder was? Spalte. Spalte ist... Ja, nix mit Spalte. Vertikal und Zeile ist... Wie beim Schufersecken. D5. Gut, hätt ich die gefunden. Ja, aber dort steht kein D. Da muss ich mal alles abzählen. Ja... Wär aber trotzdem einfacher gegangen, als wenn du sagst, irgendwie Spalte hinten links und ich find dich dann nicht. Nee, ich hab dich verstanden. Ja. Diese... Wir haben... Drei, sechs... Wir haben neun Felder. Da müssen wir die anderen drin finden und dann müssen wir... Ne? Ist halt schwer. Da versuche ich's halt anders. Aber dann kann sein, dass ich's verwechsel. Okay, ich versuch's nochmal. Du willst nochmal? Okay. Ja, ich würd's gerne nochmal versuchen. So. Machen wir gleich das nochmal. Mhm. Wenn wir schon da sind. Ähm... Mein weißer Punkt ist ganz oben links. Ganz in der Ecke. Oben links. Okay, wo sind die Kreise? Ähm... Kann ich Spalte und Zeile sagen oder soll ich bei dir auch irgendwie anders? Spalte und ganze Zeile kannst du bei mir sagen. Ja. Ähm... Dritte Zeile. Fünfte Spalte. Und der andere ist in der letzten Zeile, ganz unten. Ähm... In der vierten Spalte. Okay. Du musst mit dem Punkt nach ganz rechts. Nach ganz rechts? Eins vor... Nee, nee. Nach, ähm... Eins, zwei... Ich bin jetzt schon fast ganz rechts. Das sind ja... Im Grunde kannst du ja sechsmal gehen. Du musst das fünfte Mal. Also eins vorher. Eins, zwei, drei... Ja, ich bin jetzt in der fünften Spalte. Mit dem weißen Punkt. Ja. Ganz nach links. Nach links? Nach links. Okay, ja. Eins runter. Ja. Eins nach rechts. Ja. Eins runter. Ja. Zwei nach rechts. Ja. Eins runter. Ja. Zwei nach links. Yes, wir haben es geschafft. Wow, das ist gut gegangen. Ähm... Ach, sind wir schon durch? Wir sind durch, ja. Ach so. Jetzt habe ich sechs Kabel. Ohne Beschriftungen, ohne irgendwas. Einfach sechs Kabel, die verbunden sind. Wie wir es jetzt immer gehabt haben. Kabel, 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 Kabel sind hier oben. Einen Moment, einen Moment, einen Moment. Kabel, hab ich Kabel. Wie viele Kabel? Sechs Stück. Okay. Welche Farbe hat das letzte? Schwarz. Was ist das... Sollte das letzte Kabel schwarz sein? Und die letzte Ziffer... Seriennummer? Was ist das für eine Seriennummer von deinem... XC7HD2? Das ist eine gerade. Das letzte, ja. Okay. Nee, dann nicht das schwarze. Wie viele Kabel gibt es noch? Was gibt es noch für Farben? Ähm, zwei blaue, zwei rote und ein gelbes. Okay. Gibt es mehr als ein rotes Kabel und ist die letzte Ziffer der Seriennummer ungerade, so durchtrennen sie das letzte rote Kabel? Es gibt zwei rote, aber die letzte Seriennummer ist gerade. Nicht ungerade. So, okay. Aber was... Ich glaube das vierte, oder? Also Melli das letzte, was drin steht. Würde noch zupassen, würde ich jetzt sagen. Wo, bei Kabel... Bei welchem Kabel? Kabel... Sechs Kabel sind es, ne? Ja. Ja. Oben trifft nichts zu als das letzte durch. Trennen sie das vierte Kabel. Ja. Jo, hat gestimmt. Oh, ein roter Knopf mit Abort. Was ist der Knopf? Boah, ich bin voll angespannt. Ja. Bin auch... Vor allem, weil ich so hilflos bin. Ich kann nichts machen. Ja, und ich vers... Ich vers... So. Oh. Abort. Nee, was würdest du sagen? Ich würde das siebte sagen. Entschuldigung, ich habe nichts zuhört. Rote Kopf Abort. Abort. Ich würde sagen das siebte. Also trifft nichts von oben genannt zu. Also... Ich versuche es jetzt einfach mal. Ja, gedrückt halten. Gedrückt halten. Es leuchtet weiß. Äh... Lass... Äh... Bei Position eins. Auf dem Timer. Okay. Verdammt, haben wir grad verpasst. Jo. Und jetzt ganz schnell. Ich habe wieder das Display mit einer Zahl und unten die vier Zahlenknöpfe. Habe ich? Okay. Display, was heißt dann? Gut. Oben steht eine 3. Dritte Position. Jo. Das war eine 3 und jetzt steht eine 2. Nochmal, äh... Nochmal die dritte Position. Das war eine 2 und oben steht eine 3. Drücken Sie den Knopf in der dritten Position. Ja. Das war eine 1 und oben steht eine 3. Drücken Sie den Knopf in der selben Position wie Stufe 2. Das war eine 4 und oben steht eine 3. Oh shit. Oh shit. Drücken Sie die selbe wie... Drücken Sie den Knopf in der selben Aufschritte wie in Stufe 4. Äh... Zeit vorbei. Es war haarknopp. Ach man. Hätten wir 5 Sekunden mehr gehabt, wäre es sich vielleicht ausgegangen. Verdammt. Tja, da hat er Akkupuff gemacht. Das war eine verdammt gute Runde schon einmal. Na gut, versuchen wir es noch einmal. Mit Melly oder mit mir? Weiß ich nicht. Melly, willst du noch einmal oder sollst der Lee einmal probieren? Ich will es noch schaffen. Ich will es noch schaffen, weißt du? Okay, dann probieren wir es noch einmal. Ich hoffe es ist okay, Lee. Ja, ja, ich habe einen Schuhe hier. Ich bin versorgt. Der verfressende Lee. Der verfressende Lee. Gut, dann machen wir es gleich noch einmal, weil das ist glaube ich das schwerste. Eine 4 steht oben am Display. Okay. Ich schreibe mir jetzt die Zahlen mit. Ich schreibe dir die Zahlen mit. Ich habe gerade was falsch geklickt und zwar bin ich habe es irgendwie geschafft, dass ich mein alter Link hier war. Leht die Seite. Wie kannst du schnell übernehmen? Ich sehe nichts. Ich sehe rein gar nichts, weil ich dumm bin. Okay, was haben wir? Oben am Display steht eine 4. Welches Display? Ich habe gerade Position rausgesucht. Vierte Position? Ja. Was jetzt? Das ist meine 3 und oben steht eine 2. Selbe Position wie in Stufe 1? Ja. Was steht jetzt? Was steht jetzt? Das war eine 3 und oben steht eine 2. Jetzt ist eine 2 da. Ja. Drücken Sie den Knopf in der ersten Position. Ja. Das war eine 1 und oben steht eine 1. Drücken Sie den Knopf bitte. In der selben Aufschrift wie Stufe 1. Ja. Das war eine 3 und oben steht eine 1. Okay. Was machen wir jetzt? Ach so, das ist schon fertig. Ups. Ja. Aber mit dem Aufschreiben muss man auch mitdenken. Das ist Pac-Man Labyrinth. Okay. Wo bist du? Ich bin ganz unten links in der Ecke. Unten links in der Ecke. Wo sind wir? die 2 Kreise? Beide in der ersten Spalte. Einer in der ersten Zeile, also ganz oben links. Ja. Und einer in der vierten Zeile. Wo ist das Dreieck? Dritte Zeile, dritte Spalte. Okay. Du gehst eins hoch. Ja. So. Ich muss grad gucken. Geh mal nach ganz oben und guck mal, ob du durch die Kreise durchkommst. Weil da bin ich mir jetzt nicht kratzt. Ja. Ja, ich bin jetzt ganz oben links. Okay. Geh eins nach rechts. Ja. Äh. Zwei nach unten? Ja. Eins nach rechts. Jo. Haben wir geschafft. Kabel. Die vier Knöpfe mit den Symbolen. Symbole, 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 Symbole. Äh. 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 Habste? Gut. Ein Stern. Ja. Ein Copyright. Okay. Ich weiß, welche Zeile du bist. Okay. Einmal Brüste. Okay. Und einmal das Lambda. Okay. Copyright? Ja. Brüste? Ja. 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 Gerne. Jo. Und das letzte. Wir haben noch eine Minute 40. Ähm. Die Kabel. Sechs Kabel. Okay. Okay. Wie viel? Was gibt's für Kabel? Drei rote, zwei gelbe, ein weißes. Okay. Ketchup, Senf, Mayo. Okay. Wie beim schönen Style. Was ist die Seriennummer? Äh. C10LN0. Ah, wieder gerade. Wie viele gäbe Kabel? Zwei, richtig? Zwei. Okay. Es gibt aber kein schwarzes... Also... Nein. Äh. Gibt es kein schwarzes Kabelklappen... Kappen Sie das zweite Kabel, weil... Ja. Nein, das war falsch. Ah. Versuch mal das letzte zu kappen. Das letzte Kappen. Nein, war auch falsch. Einen Versuch haben wir noch. 25% Chance. Ich hab jetzt einfach in der letzten Sekunde das vierte gekappt und das war richtig. Ja. Ja. Wahrscheinlich auch gesagt. Ah. Einfach auf gut Glück und das war richtig. Ah. Einfach nur... Ah. Ja, eins... Eins zu vier Chance. Oh, Mann. Mann. Hast du heute schon mal im Stream dann meinen Song gezeigt, den ich dir geschickt habe? Der kulturelle? Hm. Den du mir im Discord privat geschrieben hast? Ja. Nein, hab ich noch nicht, aber kann ich gleich machen. Kann ich gleich anschauen. Nach der Folge dann. Jupp. Die ist jetzt, glaub ich, eh schon vorbei. Das sind eh schon 20 Minuten. Das sind eh schon 20 Minuten. Akutv. Richtig? Ja. Akutv. Akutv. Da kann man das schon live sehen. Live und saftig. In High Q-Definition. In Q-Definition. Gut. Ich wollte euch nur Bescheid sagen, dass ich nicht mal zu lange machen werde, weil wir kurz vor zwölf haben. Oh. Wow. Wow. Wahnsinn. Die Zeit vergeht. Die Zeit vergeht. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch eine gute Zeit bis zur nächsten Folge. Und man sieht sich wieder. Danke fürs Dabeisein. Hello. Die Zeit bleibt die Zeit nicht gleich wieder. шихle Kinder. Ich sag mal. Ich sag mal, alle practitioner, alle die Leute, 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 die Leute und die Leute, die Leute, die Leute zu einer der Leute. Vielen Dank.